dp audiobooks präsentiert mordsmäßig verstrickt luisa manous zweiter fall geschrieben von saskia louis gelesen von tanja lipinski wir wünschen viel freude beim hören für papa weil er mehr sieht als nur einen traum kapitel 1 ein spitzer schrei ließ mich zusammenfahren ich fiel so eilig von meinem schreibtischstuhl auf den boden damit ich unter dem massiven holztisch durchkrabbeln konnte dass ich einige blätter und meinen taschenrechner mitriss hastig rappelte ich mich wieder hoch und stieß die tür zum verkaufsraum auf mit einem lauten krachen knallte sie gegen die dahinterliegenden kühlschränke in denen ich fertige blumensträuße aufbewahrte was ist passiert ich bin bewaffnet meine leeren hände straften mich lügen aber falls jemand trudy meine 70 jährige verkaufshilfe angriff wurde er zumindest abgelenkt doch als ich in den raum sah stand da kein mann mit schwarzer skimaske über dem kopf und auch kein skinhead mit einem klappmesser stattdessen beäugte mich ein junger leicht verwirrter paketbote während meine kleine schwester die augen in meine richtung verdrehte herrgott lou du hast uns vielleicht erschreckt ich hatte sie erschreckt wenn jetzt noch ein vogel gegen die fensterscheibe klatschte würde ich an einem herzinfarkt verrecken emily manu du kannst dir nicht herumschreien als ob der typ aus psycho auf dich losgehen würde fuhr ich sie an ich war kurz davor die polizei zu rufen um ehrlich zu sein hatte ich nicht einmal eine zehntel sekunde daran gedacht die polizei anzurufen was vielleicht nicht für meinen gesunden menschenverstand sprach da ich gegen einen einbrecher oder räuber in etwa so viel hätte ausrichten können wie eine fliege gegen eine spinne eine fruchtfliege emily körperlich zwei seelisch zehn jahre jünger als ich sah mich mitleidig an du bist eine solche spielverderberin seit du den finger gefunden hast es war ein menschenfinger da habe ich wohl das recht meine schwester abend mit ihrer hand einen plappernden mund nach willst du das jetzt ewig als grund dafür nehmen dass du ein angsthase bist ewig es ist drei monate her du sagst es drei lange monate wir haben ein neues jahr und dieses jahr hast du noch keinen finger gefunden also beruhige dich und lass dir ein paar eierstöcke wachsen sie wandte sich von mir ab und riss dem boten das paket aus der hand der sich etwas peinlich berührt die falten seiner ungebügelten schwarz gelben uniform glattstrich erfolglos wo muss ich unterschreiben fragte emily und reichte das paket an trudy weiter die hinter der theke stand sie zog es enthusiastisch an sich und wurde vor aufregung ganz rot der junge mann warf mir einen ängstlichen blick zu zeigte emily jedoch trotz meines düsteren blickes wo sie die paketannahme bestätigen sollte ich verschränkte die arme vor der brust ließ sie aber nach einigen momenten wieder sinken vielleicht hatte sie ja recht seitdem ich vor knapp drei monaten einen abgehackten finger im sperrmüll gefunden hatte und eine woche später beinahe von einer durchgeknallten irren mit einem messer erstochen worden war war ich etwas empfindlich wenn menschen anfingen zu schreien aber moment ich starte auf meine schwester und dann auf den paketboten wieso war emilys paket hierher geschickt worden pakete wurden nicht zu meinem laden geschickt nur die blumen emi hast du wieder mein amazon account gehackt meine kleine schwester hob eine schulter an und gab dem mann den stift zurück wenn du nicht willst dass man ihn benutzt solltest du dein passwort in etwas anderes als 123 schokolade ändern du bist kriminell darf ich dich daran erinnern dass du im moment überhaupt nur hier bist weil du deine schulden bei mir abarbeiten musst ja und wieso habe ich diese schulden wohl weil du nicht mit geld umgehen kannst schluck ich vor sie verdrehte die augen nein weil du mir meine bildung verwehren wolltest ich schnaubte anziehsachen sind keine bildung da würde karl lagerfeld etwas anderes sagen du bist aber nicht karl lagerfeld vielleicht will ich ja karl lagerfeld werden das weißt du doch gar nicht ich warf die hände in die luft nach drei minuten mit einer nährmaschine hättest du wahrscheinlich dein ohr an einen rock getackert darf ich gehen abrupt sahen wir beide auf der paketbote stand immer noch in der mitte des raumes das blasse gesicht angespannt die schulter nach oben gezogen sodass sein aschblondes haar sie streifte ich warf ihm einen wütenden blick zu was ihn dazu veranlasste aus der tür zu fliehen irgendwie hatte ich diesen effekt auf männer emily ging um den verkaufstresen herum und holte ein cutter messer aus einer der schubladen hervor um sich an das paket zu machen emily seufzte ich und rieb mir mit der flachen hand über die stirn du kannst mich nicht dauernd bestehlen dann ruf doch deinen polizisten an und lass mich verhaften das würde ich ja gerne nur redete ich im moment nicht mit ihm ich öffnete den mund und schloss ihn sekunden später wieder um ihn dann verkniffen zusammen zu pressen emily schnaubte ich sag es dir ja nur ungern aber gerade erinnerst du mich sehr an mama wenn jetzt noch die ader auf deiner stirn anfängt zu pochen ich habe dir frische kekse auf den schreibtisch gestellt warf rudy ein die genau wusste dass das gespräch nur noch bergab gehen konnte wenn emily mich mit unserer mutter vergleich du siehst aus als könntest du zucker gebrauchen mein günter hat immer gesagt dass ein keks in jeder lebenslage hilft und schon lief sie in mein büro um hilfe zu holen trudy war witwe unglaubliche bäckerin und die unfähigste angestellte die man sich vorstellen konnte sie konnte pflanzen mit nur einem blick zum verwelken bringen was angesichts der tatsache dass ich einen blumenladen führte nicht immer von vorteil war sie war 70 vergesslich hatte stahlgraue locken die bei jedem ihrer schritte wippten und war grundsätzlich der meinung dass alte leute sagen durften was sie wollten ganz einfach aus dem grund dass das leben zu kurz war um es nicht zu tun ich hätte sie eigentlich nie einstellen dürfen aber hatte ich erwähnt dass sie eine unglaubliche bäckerin war es war wirtschaftlich gesehen vielleicht nicht ganz ratsam backkünste über berufliche kompetenz zu stellen aber falsch konnte es auch nicht sein nicht wenn es bedeutete dass ich jeden tag die kekse essen konnte von denen trudy mir gerade einen in den mund schob karamellnuss ich konnte es nicht beweisen aber ich war mir ziemlich sicher dass diese kekse den weltfrieden herbeiführen könnten trudy bot auch emily ein plätzchen an doch nein danke ich sollte auf meine linie achten ich sehe ja was sonst in zwei jahren aus mir wird mit den wimpern klimpernd warf sie mir einen blick zu weltfrieden vorbei ich schnappte nach luft hatte aber leider noch keksstückchen im mund ich verschluckte mich und musste mich röchelnd über den verkaufstresen legen um wieder zu atem zu kommen emily störte sich nicht daran sondern schlüpfte aus ihren winterstiefeln um die high heels die aus dem paket zum vorschein gekommen waren anzuprobieren sie waren orange passend zu ihrer derzeitigen haarfarbe da habe ich eine gute investition getätigt sagte sie selbst zufrieden und bewunderte ihre füße meinst du nicht eher dass ich eine gute investition getätigt habe hustete ich oh ja stimmt danke dafür trudy was sagst du kann ich mir so einen reichen ehemann angeln ich stöhnte und hielt es für besser wieder zurück in mein büro zu gehen ich liebte emily wirklich aber das hielt mich nicht davon ab ihr regelmäßig mit dem griff einer gartenschere etwas verantwortungsbewusstsein in den kopf klopfen zu wollen mit ihren 25 jahren war ihr berufswunsch immer noch prinzessin wenn das mit der prinzessin nicht klappte hielt sie sich eine option als it girl offen eigentlich studierte sie ethnologie oder tat so als würde sie ethnologie studieren die uni besuchte sie zumindest fast nie wirklich begabt schienen sie allerdings nur darin mich zur weißglut zu bringen aber hey wenigstens diese fähigkeit verfolgte sie mit regem interesse kopfschüttelnd drehte ich ihr und trudy den rücken zu meine angestellte war gerade dabei emily zu erzählen welche reichen junggesellen köln zu bieten hatte und das nahm ich als anlass dazu die tür hinter mir zu schließen mein handy vibrierte ich zog es aus der hosentasche und lugte auf das display eine sms von rispo plötzlich wollte ich die gartenschere gerne für meinen kopf benutzen eine andere lösung dafür wie ich ihn aus meinem kopf bekommen sollte sah ich zur zeit nicht joshua rispo wenn ich seinen namen nur las wollte ich laut aufstöhnen vor lust und vor verärgerung rispo war wie eine schokotorte ich wollte ihn wusste aber gleichzeitig dass er schlecht für mich war und große veränderungen meines körpers herbeiführen könnte er arbeitete bei der kripo hatte dunkle augen die nach sünde schrien ebenso dunkle haare die meine hand in ihre richtung zucken ließen und ein mundwerk dass meine hand die dünnen ja sie ja sie 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 Vielen Dank.